Der Platin wird weiterhin als zeitloser Allrounder konzipiert und ist ab sofort in fünf Modellen erhältlich. In ihm erkennt der erfahrene Fendt Caravaner sofort den zuverlässigen Weggefährten für viele Jahre. Er bleibt bei Fendt Caravan über alle seine Weiterentwicklungsstufen hinweg der Klassiker, der durch seine zeitlose Eleganz bereits mehrere Generationen an Caravanern überzeugt hat. Sein Profil, seine markante Heckpartie und die schwungvolle Front zeigen deutlich seine Zugehörigkeit zur Fendt-Flotte. Der Wohnraum überzeugt auf den ersten Blick durch sein hochwertiges, behagliches Holzdekor Schweizer Birnbaum. Dieses Design ist zeitlos geschmackvoll. Zu dieser klassischen Wohnwelt wurden die Polsterstoffe Kappa und Porto ausgewählt, da sie das perfekte Gesamtbild harmonisch abrunden.